Willkommen zu meiner Talkshow am Mittag, heute zu Gast, Peter und Petra. Warum ist Selbstbefriedigung wichtig, auch in einer Beziehung? Damit er meinen Körper nicht als Masturbationsobjekt nutzt. Ich bin nämlich nicht für die Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse verantwortlich. Damit sie ihren eigenen Körper kennenlernen, versteht, was sie will und mir das auch kommunizieren kann. Ich kann ja nicht erraten, was ihr Freude macht. Ich kann nicht erraten, was sich für sie gut anfühlt.